Wie Sie schon nach zwei Minuten auf 99 Prozent aller Internetseiten kostenlos Ihre Werbung schalten können und gezielt einen Besucherstrom empfachen, der Ihnen Ihre Angebote förmlich aus den Händen reißt, ohne dass Sie dabei selbst etwas verkaufen müssen. Mein Name ist Norbert Kläuber. Ja, Sie wissen, das ist nicht das erste Webinar, zu dem ich Sie einlade. Aber es ist das allererste, dass wirklich und wahrhaft das Attribut historisch verdient. Das ist keineswegs übertrieben, denn Sie werden erfahren, wie Sie auf sage und schreibe 99 Prozent aller Internetseiten Ihre Werbung schalten können und das ganz und gar kostenlos. Weiters, wie Sie Besucherquellen zum ergiebigen Sprudeln bringen, die eigentlich schon seit Jahren ausgetrocknet sind. Und jede einzelne dieser Enthüllungen wäre schon eine kleine Sensation für Sie. Aber alle drei zusammen, geballt in einem einzigen Webinar? Wow! Dieses Know-how verschafft Ihnen wirklich einen Vorsprung, den Ihre Konkurrenz so schnell nicht aufholen wird, wenn überhaupt. Als Referent konnte ich für Sie den bekannten und angesehenen Internet-Marketer Dirk Henningsen gewinnen. Dirk Henningsen ist bereits seit 2008 überaus erfolgreich im Online-Geschäft aktiv. Davor war er stellvertretender Geschäftsführer bei Ikea und hat Bankbetriebswirtschaft studiert. Und seit 2010 unterstützt dieser Mastermind seine Kunden mit wirksamen Strategien und Software-Tools zur Gewinnung von Online-Besuchern und Kunden. Ein Beispiel dafür ist ein sehr bekanntes Tool OnBitou, das bereits auf etwa 2000 Seiten genutzt wird. Die Strategien von Dirk Henningsen sind wirklich sehr wirkungsvoll und sehr, sehr einfach einsetzbar. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie zum Beispiel auf einer Top-Seite wie focus.de einen Banner-Text schalten oder ein Video in einer Lightbox anzeigen lassen können. Außerdem können Sie Ihre Werbung auf den Top-Seiten Ihrer Branche anzeigen lassen oder auch in einem großen Artikelportal. Sie zögern noch? Nun, dann gebe ich Ihnen noch ein paar weitere Details aus diesem Webinar preis. Sie erfahren hier den wichtigen Unterschied zwischen den Top-Internet-Unternehmern, die sechs- bis siebenstellige Umsätze erwirtschaften und den über 95%, die leider bereits im ersten Jahr wieder aufgeben. Weiters, wie Sie ohne eigene Internetseite und ohne eigenes Produkt 130 Euro für die Verteilung eines Geschenks bekommen, nämlich wenn Sie genau dieses entscheidende Tool nutzen. Dann, wie Sie sich mit dieser Strategie eine aus allen Nähten platzende E-Mail-Liste aufbauen, die zum wichtigsten Motor Ihrer persönlichen Online-Einnahmen wird. Und für mich persönlich, der absolute Oberhammer, erleben Sie konkrete, sofort umsetzbare Praxisbeispiele, wie Sie sogar als Anfänger, aber erst recht als Profi, auf 99% aller Internetseiten werben können. Und das bereits nach zwei Minuten. Kostenlos. Für alle Ihre Produkte oder alle Ihre Dienstleistungen. Ja, ich weiß, das klingt sehr, sehr unglaublich. Aber warten Sie bitte mal ab, bis Sie das Tool und die Strategie, die hier dahinter steckt, im Webinar kennenlernen. Sie werden Ihren Augen nicht trauen und aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das verspreche ich Ihnen. Wenn Sie endlich die ergeblichsten Besucherquellen nutzen und Ihre Produkte mit Hilfe der renommiertesten Seiten Ihrer Branche verkaufen wollen, dann ist dieses kostenlose Webinar die erhoffte Wende für Sie. Ja, es ist ein wirklich historisch einzigartiges und geniales Software-Tool. Bis dahin bleiben Sie aber ruhig mal skeptisch. Melden Sie sich also jetzt an, wenn auch Sie über Ihre Webseiten automatisch neue Kunden gewinnen möchten. Zugegeben, dieser Anspruch ist nicht ganz neu. Ganz neu aber ist das Werkzeug, mit dem Sie dieses Ziel erreichen können. Denn bislang mussten Sie auf dem Weg nach oben immer mühsam die Treppen steigen. Die Erkennigsten aber gibt Ihnen endlich den, ja, den Express Lift an die Hand, auf den Sie bislang vergeblich gewartet haben. Tragen Sie dazu einfach unter diesem Video Ihre Daten ein und Sie erhalten sofort den Zugangslink zum kostenlosen Webinar. Entscheiden Sie sich einfach jetzt für dieses Webinar. Dieses 45-minütige, wirklich komprimierte Know-how wird in Ihrem Business wirklich den entscheidenden Unterschied machen. Gewinnen auch Sie automatisch neue Kunden über das Internet. 24 Stunden am Tag, egal ob Sie sich gerade im Urlaub befinden oder mit Ihrer Familie Zeit verbringen. Ja, und ich freue mich schon jetzt Sie im Webinar begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele Aha´s und gute Geschäfte. Die Erkennigsten 8 10 Untertitelung des ZDF, 2020